Ich habe nicht mehr viel Platz im Inventor. Ein langärmiges T-Shirt. Das ist meins. Was ist das hier? Ein Pullover. Den lassen wir dann, weil das nicht zu warm war, hatte ich das auch... Oh Mann! Ich habe das jetzt auf die Figur gezogen und dann schmeiße ich es natürlich weg. So, das wollte ich wieder anziehen. Ich muss mal gucken, ich habe nur noch drei Plätze frei. Na, vier. Was ist das hier? Ein Schutzhörm. Das heben wir auf. Das wird eingelagert. Was mir fehlt, ist hier so eine Orientierung, dass man so ein Teammate, dass man das festlegen kann und dass man dann weiß, wo der andere ist. Ich bin wieder von demselben wieder runtergegangen. Ja, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. So wie bei Sephora, dass man dann eben den Namen von dem anderen sieht. Du siehst du. Hast du ein Schwein? Ob es so ein Bär. Schwein oder Bär? Schwein. Dich töd ich. Drei. Ach, der kann ja auch durch Wände darauf in der Suche. Wie haben wir noch Pulver gemacht? Da musste man... War das noch mit Kohle und Schwefel irgendwie? Aber ich habe das jetzt auch im Inventar nicht gefunden. Äh, im Menü hier zum Crafting-Dingster, Bumster. Findest du und, äh, Ressourcen. Achso, na klar, da habe ich ja noch nicht weiter geguckt. Dann kam das Flugzeug. Wo bist du denn hin? Na, ich bin den Berg runtergegangen. Ja, ich habe dich noch gesehen, dann warst du aber wieder weg. Hm. Hm. Hä? Ach, Ultmer ist wieder langgegangen. Was bin ich langgegangen? Du bist links von wo wir gekommen sind. Hm. Von wo wir gekommen sind. Wir sind von rechts gekommen. Ja. Naja. Da hinten müssen wir, glaube ich, hin. Ich würde jetzt sagen, eher rechts statt geradeaus. Ja. Rechts? Ja. Von vorne sind wir nicht gekommen. Da ist doch Wüste rechts. Nee, da kommt auch ein Wald. Ich bin aber nicht durch die Wüste gelaufen. Nein, wir sind jetzt zu weit vorne gegangen. Aber ich kann jetzt auch nichts mehr mitnehmen, großartig. Ich habe kaum noch Platz im Inventar. Von da oben sind wir wohl gekommen. noch ein langarm Shirt. Das nehme ich mit. Wir müssen ja etwa Kleidung finden, die gegen Strahlung ist oder halt massenhaft. Ja, wir haben ja nur dreimal Pillen. Das ist ja noch nicht so viel. Ah, hier ist... Ah, hier ist... Scheiße. Ich esse die Pilze auf. Ich würde das gerne mitnehmen hier. Kann ich nehmen? Ach. 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 Ja, nimm mal. Oh. Jetzt bin ich aber auch voll. Das Auto ist weg. Ja, lass uns mal nach Hause gehen. Die Sachen verstauen. Päusche ich mich, aber wird es dunkel. Ja, deswegen ist es glaube ich besser. Wir gehen mal nach Hause, ne? Ah, ich hänge am Stein. Hä? Und es wird auch Zeit, dass wir langsam Feierabend machen. Da bist du. Ich hoffe, dass es hier lang geht. Ich weiß das. Aha, Pilze. Da ist der Bahnhof. Da. Guck. Hm. Ich habe 83. Müsste reichen. Ja, wir können auch ein bisschen weiter links gehen. Ja, ist vielleicht besser. Ich will ja nicht, dass du hier noch stirbst. Das wäre ja tragisch. Ja, das wäre blöd, weil ich auch voll bin. Ich habe ja nur gute Sachen dabei. Die möchte ich, dass wir die auch bei uns haben. Ich habe auch hier 25 Herzen verloren. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Aha. Siehst du doch so viel, ne? Oh, guck mal da hinten. Ich kann das gar nicht sehen. Da ist schon wieder so eine... Ach, das sind Arschlöcher. Ja. Da oben ist was auf dem Berg. Links. Da war was Viereckiges. Mhm. Ah, wir müssen noch mal wieder her. Pilze. Oh. Aber Energie habe ich jetzt genug. Ich habe fast 300. Es wäre schön, wenn man mit einem Inventar klicken könnte und er dann isst. Ja. Das meinte ich ja. Das ist total doof, ne? Was ist das hier? Hier ist eine Bushaltestelle. Hier klackert es auch nicht. Hier kann man gefahrlos dran vorbeilaufen. Ah, das geht. Das geht doch. Man muss nur die Zahlentaste nutzen. Ach so. Ah, hier geht es schon wieder los. Ich bin raus. Da bist du. Schon wieder fünf Strahlung gekriegt. Guck mal, da ist die große Kuppel links. Kommt da hinter dem Hügel vor. Oh, hier ist noch ein bisschen Hanf. Holz. Stein. Stein. Kiste. Oh, Olli. Hm? Scheiße. Kann man zwei Sachen tragen? Nein. Doch. Ich nehme die Pellen. Ich schmeiße das weg. Den Hammer wäre ich auch weg. Den kann ich mir neu machen. Ach so. Hast du jetzt alles genommen? Ja. Langähmiges T-Shirt habe ich weggeworfen. Das nehme ich mit. Ich habe jetzt die Jacke angezogen, weil ich dachte, das geht. Aber dann schmeißt er gleich das andere weg. Aber wir haben alles, was wichtig ist. Da waren ja gute Sachen drin. Kann man doch nicht liegen lassen. Ne? Aber wir werden dann jetzt nachher mal langsam Feierabend machen, ne? Ja, ja. Wir haben jetzt drei Stunden 14 Minuten. Eilig. Das sind dann sechs, sieben Folgen. Machen wir wieder im Wechseln mit Minecraft, ne? Mhm. Aber es macht Spaß. Also ich finde es gut. 76. Lebensenergie. Ja, naja. Wir haben ja auch wieder ein bisschen Strahlung gekriegt. Guck mal, was da ist. Wir müssten da noch wirklich ein Dach drauf bauen, ne? Und Beleuchtung drumrum. Dass wir das dann auch im Dunkeln sehen. Wir haben Feuer oben angelassen. Ja. Aber sieht das nicht schön aus? Ja, außer das kleine Holz... Äh... Holzdinger oben, das hätten gleich Dach hin klatschen sollen. Ja, da... Ich will da noch Dach drumrum bauen, schräg. Ja, ich... Du weißt, ich kann mir nichts bildlich vorstellen. Ja, ich hab's schon versucht, aber das ging noch nicht gleich. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Die Lebensmittel hast du, ne? Lebensmittel? Na, die Sachen, die da drinne waren. Die Pillen und das. Das kommt nämlich hier oben hin. Ja, ja, ja. Äh... Weißt du was? Ich brauch Platz. Ich brauch noch ne Kiste, dass so viel Zeit muss sein. Da brauch ich noch Metallfragmente. Da müssen doch jetzt welche... Ah, der ist aus. Kacke. Ah, hier sind 99 Metallfragmente drin. Dann packe ich hier mal wieder Holz rein. So. Dann baue ich nämlich noch so ne olle Truhe. Ja. Und das kann ich inzwischen hier rein tun. Das, was wir hier, äh... Dingsen, das kann ja alles hier unten rein. Oh. Die brauchen noch nen zweiten Ofen. Äh... Ich hab schon einen etwas größeren in Betracht bezogen. Ja, mach das mal. Das lohnt sich echt. Aber dafür brauch ich etwas mehr Fragmente. Nicht viel. 150, aber... Ich hab, äh... Warte mal, 49... Kann ich die jetzt geben, ja, ne? Ja. Wenn die Kiste gebaut ist. 49 hab ich schon. Die hab ich dir jetzt eben hingeworfen. Äh... Da. So. Und dann baue ich nämlich oben ne Kiste, wo wir dann den Kram lassen. Und die Klamotten, das machen wir dann eben jetzt mal oben rein. Hm. Und hier möchte ich ja nur Essen drinnen haben. Und dann daneben eine mit Waffen und eine mit... Und hier drüben können wir auch noch Kisten hinbauen. Wir können uns aber auch eine Tische und Regale und was es alles gibt. Und Betten bauen wir uns hier hin, ne? Aber jetzt machen wir erstmal den Raum fertig. Ja. Du weißt vielleicht eher, wo man das hinstellen kann. Das muss draußen aber hin. Was ist das denn? Ich glaub ein Steinbruch. Interessant. Ich hab ne Kiste. Ich hab ja auch noch Steine, seh ich grad. So, Kohle. Siehste, ich könnte dann hier oben mit den Steinen weitermachen. Dann kommt hier Stein... Wie, da ist schon voll? Das ist auch voll. Aber hier kann das Öl rein. Vielleicht kann man den Steinbruch auch mit Öl antreiben. Das ist viel nützlicher. Na, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Vielleicht mit Benzin? Ne, ne. Dafür braucht man einfachen Brennstoff. Aha. Hab das schon mal genutzt. Aber vielleicht geht ja auch Öl. Ja, wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. So. Ich guck jetzt grad, was ich hier alles noch rein tun kann. Gut. Dann nehm ich mir jetzt erstmal den Hammer und mach hier oben weiter. Bisschen Steine hab ich ja. Möchtest du leicht die verbesserten Pfeile? Ja. Dann splitte ich einfach meine. Ich hab ja 63. So viele? Ja, ich wusste nicht, wie viel ich den Bären brauche. Hä? Du hast doch eine Tasche unten. Ich bin hier bei uns. Ich will die... Ah, du warst wieder in so einem Winkel, wo ich die nicht sehen konnte. Ja. Ich will hier... Wollte hier weitermachen. Hochgeschwindigkeitspfeil. Sehr schön. Oh, pass auf. So. Was brauchen wir denn für so ein Bett? Ich hoffe kein Metall. Metallfragmente 100, zweimal Nähzeug, 60 Stoff. Naja, dann... Wir brauchen noch einen zweiten Ofen. Ja, den würde ich vorziehen erstmal. Den mach mal. Ah, hier ist schon wieder so ne Olle. Genau vor der Tür, du. Schweine. Ich sollte Feierabend machen. Eine Klinge. Eine Klinge ist gut. Oh, ein Seil. Mitten im Hanf. Hanf ernten kann ich hier nur. Gut, hier ist noch ne Kiste. Jetzt hol ich nämlich mit. Das brauchen wir an Massen. Holz. Jetzt ist es weg. Ach, wenn man das dann kaputt macht, versinkt das auch dann. Das ist schön. Kürbisse. Aha. Kann man den Steinbruch, kann man den beliebig bauen oder muss man den dahin bauen, wo Steine sind? Nee, den kannst du beliebig hinstellen. Ja, ich setze ihn aber ein bisschen weiter weg von uns, falls das Ding laut ist, ne? Ja. So. Aber hier ist die schöne Aussicht. Oh, Holz. Warte, dann bring ich mal das Öl kurz mit. Was sind denn das für Blätter hier? Was ist das hier? Dabei wird nichts angezeigt. Oh, das sieht schön aus. Ich mach das einfach jetzt hier unten. Ich setze ihn jetzt einfach weiter weg. Ich will das nicht vor der Haustür haben. Ach, da bist du rausgegangen. Oh, guck mal. Das ist auch so ne riesen Anlage. Die kann man gar nicht hinsetzen. Ich seh dich nicht. Guck mal Richtung Kugel, da bin ich runtergegangen. Richtung Kugel. Wo hast du das Ding? Hast du das gebaut? Nein, das war mit in den Airport drin. Ach so, ja, aber das geht hier nicht. Darf ich mal sonst versuchen? Wenn du wirst, wie groß das ist. Riesig. Da brauchen wir wohl die richtige Stelle, um das aufzubauen, ne? Hab ich jetzt... Aber mir wäre wichtiger, wenn du denn so ein Dings da bauen könntest. Ach, der Hanf ist schon schwer. Oder muss das auch irgendeine spezielle Plattform? Ja, oder eine spezielle Untergrund hier, Oberfläche. Ich komme hier nicht durch die Tür. Jetzt. Mal Feuer. Ja, wollte ich gerade sagen, machen wir mal Feuer machen. Man sieht ja hier nichts. Jetzt haben wir sechs Klingen. Hier haben wir Pfeile. Genau, wir haben noch ein bisschen Schnüre. Stein. Was hab ich denn hier noch? Was hab ich denn hier noch? Metallerz. So, ich mach jetzt den großen los. Ja, das bin ich nicht mehr los geworden. Kann ich das hier reintun? Was liegt denn da? Hähnchenbrust. Oh. Jetzt ist sie weg. Ah, das geht nicht, was ich hier mache. So. Ein Slot muss frei bleiben. Was liegt da? Metallfragmente. Die hast du da jetzt. Die brauchst du jetzt, ne? Habe ich noch welche? Wo liegen die davor? Ja, weil der Ofen voll war kurz. Ja. Dann bauen wir noch einen schönen Ofen hin. Was soll ich damit? Weiß nicht. Ich hab gedacht, du brauchst das. Achso. Du machst aber jetzt den Ofen fertig, ne? Der ist in einer Minute fertig. Essen. Kann man das nicht fertig brutzeln hier? Genau. Das lege ich hier rein. Warum ist da jetzt so ein Elektrozeichen dran? Ja, damit das zeigt dir, ob das es gebraten wird. Aha. Oder geräuchert, wie auch immer. So, und jetzt gucke ich mal, wie man, äh, Ressourcen hast du gesagt. Da. Pulver. Schwefel. Ich mach Pulver. Wir bauen uns mal Schusswaffen. Wir bauen mal nach Schusswaffen hin, ne? Ich interessiere mich auf jeden Fall für den Revolver. Ist auch nicht zu teuer. Ich hätte lieber ne, ne, ne richtige Knarre genommen wegen den Bären. Ja, aber die kosten ordentlich. Ne, ich mein jetzt. Warte mal. Ich mach jetzt erstmal. Ich mach jetzt. Ich guck mich erstmal um. Wir wollten eigentlich Feierabend machen. Geht aber nicht. Es geht nicht. Ich weiß. Es macht Spaß. Ofen. 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 Ne Knochenkeule. Ne Bohnendosengranate. Auf der Revolver meinst du? Metallrohr haben wir. Stoff haben wir. Und ein paar Metallfragmente. Aber der hat nicht so ne Durchschlagskraft. Ich würd einfach ne einfache. Ne, der Revolver hat sechs, eine sechsschlüssige Revolver dabei. Ja, du, ich seh schon, das ist schon ganz schön, was ist das hier? Flammenwerfer. Doppelläufige Schrotflinte. Die braucht nur ein Metallrohr. Ich frage, wo kriegt man das her? Ich, wir haben drei Metallrohre. Ich hab schon welche gefunden. Ja, ich seh die, aber nicht. Ne, die liegen doch in der Kiste drinnen. Tausendmal. Die liegen doch hier in der Kiste drinnen, ne? Ja, da. Ein Rohr aus Metall. Äh, nicht die Konsole. Aber wir brauchen dann noch Metallfragmente. Was willst du denn, du willst einen Revolver haben, ne? Ja, muss nicht unbedingt jetzt sein. Ne, wir, wenn, dann bauen wir zwei verschiedene Waffen. Würde ich vorschlagen. Ich hab jetzt den Hochofen. Wo soll ich ihn hinstellen? Passt der ins Haus? Oh, wo ist denn hier das Feuer? Der passt da nie rein. Höchstens, wenn wir uns kein Dach drauf machen. Der kommt ja draußen hin halt. Ah, hier fehlt Kohle. Hm, vielleicht sehe ich ja von oben mehr, wo ich das hinstellen kann. So, ich hab jetzt erstmal hier Licht gemacht, ne? Damit man hier was sieht. Wo haben wir denn jetzt Schießpulver? Ich hab doch Schießpulver... Ist das noch nicht fertig? Hä? Ach da! Neunzig. Warte, nochmal die Laterne. Neunzig. Warte mal, das ist blöd. Ich will... Du sollst... Hä? Ah... Oh, der ist dieser teuer. So, und jetzt lass ich alles Schießpulver zu Schießpulver verarbeiten, was ich verarbeiten kann, damit wir ordentlich Schießpulver haben. Und dann kann ich gleich mal gucken. Munition. Kann aus einer Thunfischdose eine Lampe machen. Minderwertige Munition, ja? Hm. Munition für eine Schrotflinte. Kann es mal Tag werden? Ich sehe nichts. Schießpulver 10. Pistolenpatrone. Hochgeschwindigkeitspistolenpatrone. Wir bauen uns erstmal eine Pistole. Ich glaube... Ich glaube... Nee. Ah, 10 Metallfragmente. Fünf Steine und Schießpulver. Minderwertige Projek... Pistolenbrandgeschoss gibt es auch noch. Einfacher Brennstoff. Ich könnte sogar... Habe ich Metallfragmente dabei? Ach, deswegen! Und 4... Ja. Aber erstmal brauchen wir eine Waffe, ne? Ja. Aber ich würde am liebsten schon eine... Zwei verschiedene Waffen bauen, damit wir die schon mal haben. Wir müssen es ja noch nicht gleich verwenden. Äh, jeder... Jetzt muss ja nicht jeder die gleiche Waffe haben. So meine ich das. Oder? Ich guck mal. Ich guck mal. Waffen. Pistole. Was brauche ich denn noch? Ich brauche noch ein bisschen Metallfragmente und Stoff. Stoff haben wir. Stoff. Stoff, 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 Stoff. Hatten wir. Da ist Stoff. So. Da ist Kleidung. Kleidung kommt nach oben. Das geht nämlich schon mal raus. Das kommt alles nach oben. Was ist das? Leder. Das lasse ich hier. Dann ordne ich den hier vorne hinstellen. Vor der Tür. So ein bisschen... Na klar. Du hast da... Kannst das... Ich will nicht... Wir müssen ja nicht einen Kilometer hinlaufen, ne? Mhm. Das bringt ja nichts. Mach ruhig. Ist schon gut so. Hier kommt dann die Knochenrüstung hin. Hier kommt dann das Ding hin. So. Dann müssen wir mal gucken, dass noch ein bisschen Metall ist. Der Ofen ist aus. Da ist ja nichts drin. Muss man nach draußen gehen. Den hier drinnen kannst du aber trotzdem laufen lassen. Äh, hier draußen passt mir. Der ist schick. Der gefällt mir. Wo guckt man hier hin? Ja, wie vor auch. Hä? Ich krieg keine Anze... Ich kann auf E drücken, wo ich will. Jetzt hier oben. Auf Feuer einfach. Nee. Feuer hier hinten so. Ach da. Gut. Ah, da sind ja erst vier drinnen und das reicht noch nicht. Aber ich hab noch Metall. Das passt rein. Hahaha. Pack noch ein bisschen Holz rein, ne? Holz? Na gut. Ich hab ja eh kein Holz mehr. Ja. Ja, da ist jetzt aber ordentlich Holz drin. Und wir haben auch noch gutes Metall. Das kann auch rein. Ah, da kommt ja dann... Da kommen ja dann die Metallbaren raus, ne? Ja. Ja. Was ist das hier? Warum brennt das hier? Was ist das für ein Feuer hier? Ach, das hast du dir gebaut? Ja, weil sonst... Warum hast du dich da am Haus gemacht? Ich hätt jetzt Angst, dass das abbrennt. Ja, weil ich nix gesehen hatte. Ach so. So, jetzt machen wir hier alles leer. Das kommt alles rein. Wenn der Platz hat, dann kommt das da rein. Äh, es braucht nur noch Schwefel, sonst der Rest muss erstmal so bleiben. Warum? Weil sonst brennt ja nicht alles durch. Ach so. Schwefel. Vom Logischen her. Hm. Ach, dann kann ich... Ich kann doch hier... Wir können doch den hier noch in Betrieb nehmen. Nebenbei. Da lassen wir Metall. Metall brauchen wir jetzt am meisten. Ich hab hier noch Holz. Da packe ich was rein. Und dann kommt hier noch Metall rein. Und dann lass ihn doch schmürgeln. Weil die... Es kommen ja neun Slots in der Halt für zum Beispiel drei Holz, drei Eisen, drei Schwefel. Und an der Seite kommt dann auch die Metalle, die Kohle und der Schwefel. Ach so. Dann tue ich das alles hier wieder rein. Das brauche ich ja alles nicht in meinem Inventar. Oh ja, der ist deutlich flott. So. Wir brauchen dafür noch ein bisschen Holz. Ja, jetzt habe ich aber... Ich lege jetzt das letzte rein. So. Ach so funktioniert das. Das hatte ich gar nicht gesehen. Kann man ja auch nicht wissen. Das reicht aber immer noch nicht. Schnelle! Warte. Oh. Bitteschön. Was? Wie? Ich hab was angelegt, ja. Warte mal. Brauchst du Schwefel? Ne. Ich brauchte Metall. Warte mal. Jetzt sieht das gut aus. Jetzt sieht das gut aus. Dauert ne Minute. Oh, das wird ja heute ne Session. Mann. Das ist schon gleich... Das ist schon viertel zwei. Aber das Waffen will ich jetzt noch sehen. So. Und dann muss ich mal gucken. Wir brauchen noch Munition. Ich nehme die normale Pistolen Munition, ne? Mhm. So. Ja. Ach so. Ich mach aber nur erstmal... Einmal. Oh. Guck mal. Das fliegt genau über uns. Oh. Tut mir leid. Aber da muss ich noch hinterher. Na erstmal müssen wir... Muss er was abwerfen. Noch hat er nichts ausgeschissen. Doch. Ne. Da war ein Stern. Jetzt. Aber wir brauchen nicht laufen. Das kommt bei uns runter. Lass es erstmal runterkommen. Ne. Ich seh es nicht mehr. Zu dunkel. Kann ich mir ne Fackel craften? Nein. Das ist genau über unserem Haus. Ja. Aber es ist dunkel. Ich sehe nix. Ich kann das gut sehen. Ja. Du hast ja auch einen besseren. Hm. Es geht ja hinten runter. Ja. 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 Ja.